Danke, meine Damen und Herren, herzlichen Dank, ja. Und eines Tages betrat ein sehr eleganter Herr diese Kneipe und kreuzte mich ein paar Mal, übersah mich total. Schließlich blieb er stehen und sagte mit Näseln der Stimme, ich habe gehört, hier soll ein junger Künstler seine Lieder zum Besten geben. Dann guckt er mich an und sagt, ach, sind Sie das? Na, ich hätte ihm am liebsten die Gitarre so über den Kopf gehauen, dass er nicht mehr aufstehen konnte. Aber ich hatte nur eine Gitarre, also ließ ich es bleiben. Heute habe ich ja zwei. Ja, wirklich, ich habe zwei, echt, ja. Meine Damen und Herren, er sagte, er käme von der Firma Polydor. Nun wusste ich ja gar nicht, was ist Firma Polydor. Ich dachte, es war eine Backpulverfabrik oder sowas ähnliches. Nein, sagt er, es ist die größte Schallplattengesellschaft Europas und Sie sollen zu einem Vorsingen kommen. Oh, sage ich, Vorsingen, das könnte ja vielleicht eine Chance sein, weiterzukommen. Heute würde man auch nicht Vorsingen sagen, nicht? Heute würde es ja Audition. Audition heißt das ja heute. Aber ich ging zu diesen Vorsingen und hier sollen Sie auch hören das Lied, das ich damals vorsingen durfte, muss sagen, durfte. Musik Some people say a man is made out of mutt. A poor man is made out of muscle and blood, oh muscle and blood and skin and bone. A mind that's so weak and a back that is strong. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017